Es wird Zeit für die NRW Late Night und ich glaube, ich verspreche nicht so viel, wenn ich sage, es wird heute eine wunderbare Sendung, denn wir haben einen wunderbaren Gast heute in der Sendung. Juni ist bei uns zu Gast, sie ist Starpianistin und auch Sängerin und macht wunderschöne Musik. Es nennt sich Free Classic, was so dahinter steckt, das wird sie uns gleich erzählen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist und wir wollen sie ein bisschen kennenlernen. Das aktuelle Album heißt My Piano und wie das aufgenommen wurde und was da zu hören ist, das schauen wir uns erstmal an und dann spielt sie hier live auf diesem wunderbaren Flügel. Willkommen in meinem Homestudio. Hier habe ich alle meine Sons komponiert, die ihr auf meiner neuen CD My Piano hören könnt. Meine Musik entsteht aus der Improvisation und da gibt es keine Grenzen für mich. So ist es einfach nur Juni still. That's me. Juni verbindet eben Jazz mit Klassik und macht ihre eigene Musik daraus. Das macht sie auch in ihrem Album hier My Piano und wird jetzt ein Stück daraus spielen für euch namens Piano Virus. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Vielen Dank. Amen. 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 Amen.